Ihr seid aber aus Kiel. Ja, klar. Kieler Sprotten. Was seid ihr? Warte mal, warte mal, was? Kieler Sprotten. Wir sind die Kieler Sprotten. Wieso Kieler Sprotten? Das sagt man so. Wenn man aus Kiel kommt, dann sagt man das so. Die norddeutschen Girls. Ein paar Sekunden später. Bist du hier von Kiel? Ja. Also eine Kieler Sprosse? Sprotte. Sprotte.